Grimwood verschwindet jetzt und, naja, dann mache ich mal hier den ganzen Kram alleine. Gibt es eigentlich mehr oder weniger EP? Weiß ich gar nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch Schnuppe. Ähm, so. Jetzt Kartenleseskills, geradeaus weiter, wie so aussieht. Äh, was kann ich eigentlich? Kolbenschlag konnte ich lernen, ne? Kolbenstoß, wie auch immer. Ähm, ja, nicht so. Höh, ähm. Tralalala. Irgendwie recht wenig Musik, gerade. Finde ich ein bisschen schade. Aber, naja, man kann ja nicht alles haben. Hier scheint ein Außenposten zu sein. Ist auf jeden Fall ein Stim-Händler da. Apropos. Boah, es geht, was ich so habe. Oh, haha, fast wir es vergessen. Raumschiff ausrüsten. Mit dem neuen Generator da. Die üble Aue entdeckt. Ah, Kriegslager der drei Familien. Entdecken wir erst das und jetzt noch die Aue. Das ist hier. So. Kann man das auch schon mal. Dann gehe ich erst ins Kriegslager der drei Familien. Weil, da kann man wieder Gleiterpunkt holen und alles. A-Quash ist, wie man sieht, relativ fix erledigt. Das ist eine Quest, die man hier drauf hat eigentlich. Also eine Klassen-Quest. Oh, Schauplatz. Oh, hier kommt man nur ein Quest. Yay. Aber zwei Gebiete insgesamt. Zwei große. Gönnen wir uns etwas Spaß. Erinnerung. Spaß. Okay. Äh, was haben wir nicht hier für den Quest? Was? Was bist du für einer? Ro... Go-Navaro. Okay. Oh ja, du. Guten Tag. Schieß los. Ha-ha. Sehr schön. Wahrscheinlich eine H2 oder so. Nö. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, dass es hier eine eigeninstanzierte Phase ist. Wahrscheinlich eher schlecht. So wie ich Star Wars kenne, kommen hier gleich sieben Millionen Menschen rein und wollen mich töten. Sehr gut besetzt, dieses Kommando-Zentrum. Eine Person drin. Guten Tag. Ich leite das alles. Ich mache das alles alleine. Ah, Hilfe. Oh, jetzt sind es doch schon zwei. Broga ist ein Hutter. Oh, Broga. Äh. Hackfressen, Hutter. Kann ich die töten? Nee. Du nötig. Ach, das wird so... Ich erinnere mich. Das wird so eine unendlich lange Quest. Aber so richtig unendlich lang. Und so unnötig. Naja. Dann schauen wir mal. Ah. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Das würde mich jetzt interessieren. Ach ja, Stunde 18. Passt. Ich vergesse dabei immer die Zeit, wenn ich Star Wars spiele. Ich weiß nicht warum, aber... Ich finde es geil. Muss ich da oben schon wieder... Äh. Super. Okay. Klasse Quest muss warten. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Klasse Quest... Also ich schätze mal, wenn ich von Quash runter bin, bin ich Level 40. Und dann wird es lustig. Dann sind es auch nur noch 10 Level. Bis zur großen Magist 50. Das ist dann auch nicht mehr besonders viel. Hi Lobels. Alles fit? Ich habe euch mal mitgenommen. Ich nehme die alle mit. Quest. 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 Cool. Was? Was zur Hölle? Kann ich durch diese Pflanze rein? Cool. Gut zu wissen. Hi Lieutenant. Ich bin besser als du. Ich bin Beste. Versucht das Fabrik-Dach? Habt ihr so einen Haufen? Oh oh. Okay, ich mache erst mit dem Fabrik-Dach. Das ist einfacher. Das ist glaube ich der Landepunkt für die Imperialen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ist er. Ist er. Kein Ding. Imps werden umgeklatscht. Wenn ich welche sehe. Super. Aufzug gerade weg. Dann kann ich ja Schießübungen machen. Bereit. Ah, der Aufzug kommt runter. Sehr schön. Nee. Man muss nur wissen, wie man gucken muss mit der Kamera. Ah, jetzt geht's nicht hin. Egal. Aufzug ist da. Hui. Baller durch den Boden. Passt schon. Ziel nicht sichtbar. Ziel nicht sichtbar. So, wir sind auf dem Dach. Und hier sind Hexen. Oh, Sprengensetzer. Sehr schön. Äh, gibt's einen Bonus? Wäre schon gut zu wissen. An die Quiz kann ich mich gar nicht erinnern hier. Aber ja, es gibt. Natürlich gibt's einen Bonus. Blöde Frage. Stoßtrupp-Drohnen. Ah. Nicht schlecht. Nein, du Hüterin der Wahrheit. Verschwinde da. Mein Sprengsatz. Assi. Nein, zählt natürlich nicht. Dann warte ich hier. Kann ich noch Fokusritual durchführen. Ohm. Antano, du störst meine Sicht. So. Ohm. Ohm. Und fertig. Genug geleuchtet. Oder auch nicht. Ach, danke. Oh, da hab ich dir angezeigt. Da nicht. Ach, das war auch nicht. Das war nicht fiert. So, so. Oh. Mitnehmen. Und Tano, du nimmst den Kel mit. Ähm. Ich muss hier rein. Okay. Kein Ding. Oh, das war der Erste. Lol. Von Reihenfolgen haben die hier auch noch nichts gehört, was? Dann ist hier der Vierte oder so? Ne. Doch. Vielleicht. Mal schauen. Oder der Zweite? Ah, war der Zweite. Okay. Also, anständige Reihenfolgen, das ist wirklich zu schön, um wahr zu sein. Viele Ruinen sind. Sieben, die ich umliegen muss. Oh, ich leuchte. Schwupp. Schwupp. Sechs von sieben. Hässliche Ruinen. Hier. Wie bist du einfach rumzuhauen? Egal. Bombkommando. Dein. Einmal drücken, ganze zehn. Kugel. Kann man fliegen sehen. Kann man fliegen sehen. Feuer! Wasser! Oh. So. Tano, wieso tankst du eigentlich nicht? Ich bin auf 45% live runter. Du Pfeife. Tank besser. So, den Mist haben wir erledigt. Ten Merrick. Ich komme zurück. Wenn es nach mir geht. Wenn es aus Star Wars geht, mache ich erst sieben Milliarden andere Sachen. Habe ich auch kein Problem mit. Ich lasse mal selber mit. Ah, das ist Timing. Aufzug. Und Fokusritual. Erstmal schön hochregen. Wo ist der Ausgang? Da. Gut. Ups. Nein, nein, nein. Nicht in irgendwelche Druidengruppen reinrennen. Kommt nicht so super. Achso. Ich soll es da betreten. Uh. Hier liegt eine Leiche. Ich will einfach exekutieren die Fabrikmitarbeiter. Okay. Könnt ihr verschwinden, bitte? Noch ein, bitte. Danke. Was tust du da, Tano? Idiot. Ich wollte ihn eigentlich heilen, aber irgendwie... Druids ja malmert. Das war ein 100. Hoffe ich. Ich bin okay. Ich bin okay. Das war ein 100, ja. Wow. Also ein Crash rüber rennt. Äh, ja, nicht schlecht. Mal eben 100 Druiden zermalmt. Bis jetzt. Hier kommen noch mehr. Du bist auch nur ein starker Droide. Dann baub ich euch zweimal weg. Luke ist das da. Danke. Das ist das Reiten. Ich lebe, hier gibt es ja auch 1100. Ja, ist zwar nicht das Beste, aber ist auch nicht das Schlechteste. Also daher. Es gibt keinen Bonus. Ah doch. Kartellkommando drüben. Okay. Das ist doch einer. Warum zählt der nicht für meinen Bonus? Ah, doch. Der hat gezählt. Okay. War das keiner? Ah ne, das war ein Kartellkommando. Okay. Nichts gesagt. Ich habe absolut nichts gesagt. Tano, beweg deinen Arsch hier runter. Los. Marsch. Bei Fuß. Ah, hat nicht. Oh, Freeload. Gibt's keins. Medipacks kriegst du nicht. Sprech ich dir. So, jetzt kann man heilen. Also irgendwie ist es mit E-Leveler einfacher, aber ich nehme jetzt Tano mit einfach, weil es Steel hat. Und weil er Kills braucht. Ich habe keine Lust dann, das über 20 Milliarden Dailies zu machen. Wow. Ich muss mich eiskalt nochmal hinsetzen, wenn der Full Life kommt. Schlimm, der Kerl. Okay. Dich stunne ich. Und dich erschieße ich. Ah, da sieht man wieder ein lustiges Feature von Star Wars. Der Druide steht jetzt hier. Weil er mich nur angesprochen hat, während er gestunt war. Und Tano, du bist schon doof. Ah, das weiß er ja. Dass er Stroh doof ist. Und Fokus Ritual. Wir müssen auf die andere Seite. Und ich brauche noch ein paar Kriegspots. Da. Guck mal, nur Bots. So. Das ist ja noch nicht mal für einen Bonus. Das ist ja von der Quest. Ja, was ist denn das? Tano, diesmal teilst du dir deine Heilung ein. So, 930. Reicht. Meine Heilung ist nicht. Wow, mann. So, da ist ein Schrott drüber wieder.